»Ich weiß sehr wohl, wovon ich rede, du alter Holzkopf«, sagte Lauscher. »Ich zerbreche mir Nacht für Nacht den Kopf darüber, dass ich all meine Hoffnung auf Arnie Luca gesetzt habe und dabei dennoch nicht herausfinden kann, wie ich sie hier bei mir festhalten soll.« »Sollst du das denn?« sagte der Zirbel. »Tar sieht man doch gleich, was für einen sonderbaren Begriff von Hoffnung du hast.« »Festhalten! Wenn es dabei nur darum ginge, etwas zu besitzen und festhalten zu wollen, würde ich nicht so viel Aufhebens davon machen. Hast du denn schließlich alles, was du haben willst, bist du endgültig auf dem Gipfelpunkt der Hoffnungslosigkeit angelangt? Hast du denn das noch immer nicht begriffen? Es gab da bei uns, als ich noch unter den anderen Zirben auf dem Joch stand, die Geschichte von einem Baum, der auch immer alles für sich haben wollte. Erst passte es ihm nicht, dass es nachts dunkel wurde und kalt. »Ich will die Sonne für mich haben!« sagte er. Und da bekam er sie auch. Sie blieb genau über seinem Wipfel stehen und brannte auf ihn herunter, bis seine Äste vor Dürre knackten und die Nadeln braun und trocken waren wie Zunde. Als er genug davon hatte, sagte er, »Ich halte das nicht mehr aus mit dir, Sonne! Ich will den Regen für mich haben!« Und da zog auch schon eine dicke, schwarze Wolke über ihm auf und goß einen wahren Sturzbach von Regen auf ihn herab. Zunächst gefiel ihm das, aber als dieser Regen überhaupt nicht mehr aufhören wollte, paßte ihm das auch nicht. »Ich bin schon nass bis unter die Rinde!« sagte er. »Wenn das so weitergeht, fangen meine Nadeln an zu faulen. Ich will den Wind für mich haben, damit er mich mit seinem Atem trocknet.« Und schon begann sich um ihn herum ein Wirbelwind zu drehen, das sich seine Äste nur so bogen. Das zerrte und zauste an seinen Zweigen, bis ihn jede Faser schmerzte, und ihm wurde ganz schwindelig von diesem Wind, der ihm fast seine Wurzeln aus dem Boden riss. Da begann er zu stöhnen in seiner Qual und sagte, »Ich halte das nicht mehr aus! Sobald ich etwas für mich habe, fängt es an, mich umzubringen! Ich will überhaupt nichts mehr haben!« Da ließ der Wind von ihm ab, und der Baum stand wieder wie alle anderen oben auf dem Joch, und wenn die Sonne hervorkam und auf ihn herabschien, sagte er, »Danke, Sonne, daß du mir ein bisschen von deiner Wärme schenkst!« Und wenn es regnete, war er es auch zufrieden und sagte, »Danke, Regen, daß du mir ein bisschen von deinem kühlen Wasser gibst!« Und blies der Wind, dann freute sich der Baum, daß es so schön in seinen Zweigen rauschte und sagte, »Danke, Wind, daß du mir ein bisschen von deinem Atem schenkst!« Und zu den anderen Bäumen sagte er, »Es ist gut zu wissen, daß es die Sonne gibt, den Regen und den Wind. Jeden Tag kann man in der Hoffnung leben, daß man von jedem ein bisschen bekommt. Und wenn nicht heute, dann morgen.« So war das mit diesem Baum. »Das ist eine Geschichte für Bäume, die ich weiß nicht, wie viel hundert Jahre zu leben haben,« sagte Lauscher. »Außerdem hat man mir schon als Kind so ähnliche Geschichten erzählt, wenn ich etwas haben wollte, was ich nicht bekommen konnte, und ich hatte es bald satt, sie mir anzuhören.« »Kannst du mir vielleicht erklären, was es für einen Sinn gehabt haben soll, daß mich mein Stein über viele Umwege zu diesem Mädchen geführt hat?« »Ich hatte gehofft, daß ich am Ziel sei und bei Arnie Luca bleiben könnte. Doch nun hat sich herausgestellt, daß es kaum einen Ort gibt, an dem wir beide zugleich leben können.« »Ihr hattet ja einen Ort gefunden, an dem ihr zugleich glücklich wart,« sagte der Zirbel. »Aber mit euch Menschen ist es ja so, daß ihr es nicht ertragen könnt, immer nur an ein und derselben Stelle zu bleiben. Auf diese Weise bist du ja auch in all das hineingeraten, was du Umwege nennst, und dich zu dem Waldwesen gemacht hat, daß es unter freiem Himmel nicht aushalten kann.« »Das habe ich allein Narzia zu verdanken,« sagte Lauscher. Doch unter dem gelassenen Blick des Zirbel brachte einen Satz schon nicht mehr mit voller Überzeugung zu Ende, und der uralte, hölzerne Gnom merkte das natürlich sofort. »Siehst du,« sagte der Zirbel, »du glaubst das ja selber nicht. Warum sagst du das dann überhaupt? Du bist damals weder dem Schimmer deines Steins gefolgt, noch hast du das Gebot beachtet, das auf deiner Flöte geschrieben steht. Und nun wunderst du dich, wohin du auf diese Weise geraten bist. Aber so geht es wohl immer mit euch Menschen. Sobald ihr euch bewegt, geratet ihr auf Umwege und lauft in die Irre.« Lauscher wußte nur zu genau, daß der Zirbel recht hatte, und dieses Wissen steigerte nur noch seine Verzweiflung. »Wenn das so ist, wie du behauptest,« sagte er, »dann frage ich mich, wozu man überhaupt lebt, denn es gibt keine Hoffnung für unsereinen.« Der Zirbel lachte hölzern auf. »Du bist ein Esel,« sagte er, »da rede ich nun und rede, und du begreifst überhaupt nichts.« »Hast du nicht immer wieder und hier in diesem Tal auf besondere Weise erfahren, daß du geliebt wirst?« Wärst du sonst überhaupt bis hierher gekommen? Das sollte doch Grund genug für eine Hoffnung sein, die für das ganze Leben reicht. Seit du diese Augen, die du nicht einmal beschreiben kannst, zum ersten Mal gesehen hast, hättest du das schon spüren müssen. Aber du warst die meiste Zeit ja damit beschäftigt, bei alledem etwas für dich selber herauszuschlagen. Was ist dir in diesem bisschen Leben, daß du hinter dir hast, nicht schon alles geschenkt worden? Und du hast es eingesteckt, als stünde es dir zu. Vielleicht solltest du einmal damit anfangen, etwas herzuschenken, damit du merkst, was dir noch alles an Hoffnung bleibt. Mit dem Jungen, dem du das Flöten beibringst, hast du ja schon einen Anfang gemacht. Und ich dachte, du hättest endlich begriffen, worauf es ankommt. Aber Leute wie dich, muss man ja immer erst mit der Nase darauf stoßen, wenn sie sehen wollen, was sie schon die ganze Zeit vor Augen haben. Damit hatte der Zirbel für diese Nacht genug geredet. Er klappte sein breites Maul mit solcher Entschiedenheit zu, daß Lauscher keine Frage mehr zu stellen wagte. Aber zu denken hatte er genug in dieser Nacht und auch in den Wochen danach. Darüber wurden die Tage schon wieder länger und an den Haselstauden streckten sich die Kätzchen und warteten auf sonniges Wetter, um ihren gelben Blütenstaub vom Wind davon tragen zu lassen. Auf dem Regal in Lauschers Stube lag schon ein ansehnlicher Stapel fertiger Flöten. Und Döli hatte Mühe, noch geeignetes Holz unter den Stapeln hinter der Hütte zu finden. Holz zum Drechseln gibt's noch genug, sagte er eines Morgens, aber zum Flötenbauen taugt es nicht. Dann will ich etwas anderes drechseln, sagte Lauscher. Er hatte auch schon einen Plan gefasst, denn er wollte Arnie Luca ein Geschenk machen, wenn sie mit ihrem Kind ins Flachtal zurückkehrte. Zu Beginn des Winters war ihm zumute gewesen, als entfernte sich Arnie Luca mit jeder länger werdenden Nacht immer weiter von ihm. Aber nun, als die Sonne jeden Mittag ein wenig höher über dem Wald stand und die Knospen schon dicker wurden und saftig glänzten, rückte ihm Arnie Luca Tag für Tag wieder näher. Solange noch Schnee lag, würde sie nicht kommen. Aber schon tropfte es von den Eiszapfen an der Dachtraufe und dem Wald rutschten Ladungen von Schnee von den Zweigen. »Wir bauen eine Wiege,« sagte er, »für Boten und Kufen brauche ich ein paar feste Bretter und darüber setzen wir ein Gitter von gedrechselten Stäben, zwischen denen mein Kind sicher liegen kann.« »Dafür weiß ich das richtige Holz,« sagte Döli. »Auf dem Stapel hinter dem Haus liegt der Stamm von einem wilden Kirschbaum. Schönes, rot gemasertes Holz, genau das Richtige für eine Wiege.« Während draußen nach und nach der Schnee schmolz, machten sich die beiden an die neue Arbeit. Und als die Wiege fertig war und der Frühling noch immer auf sich warten ließ, fing Lauscher damit an, die gedrechselten Stäbe, die er wie zierliche Leitern zusammengefügt hatte, an den Enden mit allerlei Schnitzwerk zu versehen. Da weidete auf den Seitenteilen eine ganze Herde von Ziegen, allen voran der Bock mit nur einem, aber um so gewaltigerem Horn, und ihm gegenüber bäumte sich in verwegenem Sprung ein Esel auf. Am Fußende reckte ein Wiesel seinen schmalen Kopf in die Höhe. Rechts von ihm hockte eine Kröte, und links koch eine Ringelnatte aus dem Gestänge. Aber über dem Kopfende lugten drei Mäuse von dem gedrechselten Gitter. So erzählte Lauscher seinem Kind, das er noch gar nicht gesehen hatte, nach und nach seine Geschichte. Und zum Schluss sagte er, »Euch vertraue ich mein Kind an. Vor allem euch drei Mäusen, der mit der Schlange spricht, der dem Falken weiß sagt, und der die Hoffnung nicht aufgibt. Denn ihr habt nie daran gezweifelt, dass das Leben stärker ist als aller böser Zauber.« Seit Tagen hatte er seine Werkbank kaum verlassen, und auch jetzt die ganze Nacht hindurch an seiner Schnitzerei gearbeitet. Als er an diesem Morgen das Messer beiseite legte und vor die Tür trat, sah er, dass die letzten Schneereste weggeschmolzen waren. Die Luft war kühl und klar und schmeckte nach Blütenstaub, und am Wegrand drängten sich die gelben Sterne des Huflattich. Dann hörte Lauscher Schritte und sah, dass von den Hirtenhäusern her ein Mann auf ihn zukam. Gegen die Helligkeit des Hintergrunds konnte er ihn zunächst nur in Umrissen erkennen. Die schmale, hochgeschossene Gestalt eines jungen Mannes, der mit raschen, ein wenig ungeduldig wirkenden Schritten dem Waldpfad folgte. Lauscher wartete vor der Tür und erkannte den Ankömmling erst, als dieser vor ihm stand und den Kopf hob.